Jetzt ist mir daraus aufgefallen, sieht jetzt wahnsinnig kreativ aus, ich kann aber nicht ganz erkennen, für was es dienlich sein soll. Ja, hauptsächlich geht es da innen drin um die Einlage, der Gedankengang ist, Sie haben ein Bad aus hochwertigen Materialien, Marmor, Granit. Und dann haben Sie in Ihren Duschen oder Waschbecken, haben Sie immer noch meistens dieses Metallgitter, diesen Ablauf, der dann aus Blech ausgestanzt ist und nicht besonders viel hermacht. Man kann das ganz einfach auch aus den klassischen Materialien, die auch in dem Rest vom Bad verbaut sind, die kann man auch benutzen, beispielsweise hier aus Marmor ausgeschnitten. Das Muster hier ist willkürlich gewählt, habe ich auch selbst entworfen, Sie können dann auch Ihre Initialien oder Namen, Schriftzug kann man alles reinsetzen. Und das passt dann eben zum Rest vom Ensemble im Bad. Und das war der Grundgedanke dahinter, dass man dann das eben schön einheitlich machen kann und das Ganze dann auch aufwertet.